Wow, das geht richtig gut. Heute haben wir Schautag vom Harzer E-Bike hier bei der Slippes Harz Klinik in Goslar. Und ja, das ist eine tolle Sache, Bewegung gut vermeidet Krankheiten und wir haben eine Kooperation mit Jobrad. Das heißt, wir wollen unsere Mitarbeiter aufs Rad bringen und sie können günstig diese Bikes leasen, hochwertige Fahrräder, hochwertige Bikes und es ist auch noch ein Beitrag für die Umwelt. Bikes Jobrad W weights, wenn wir die Bikes berlinien, werden sie verwalten. Und dann landen wir, was wir, wenn sie ein Weissen haben. Äh. Ja. Vom. Ja. Ich bin ein. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020